Oh mein Gott, Leute, hier ist es! Das neue Fortnite! Fortnite Season 4 kommt jetzt raus! Und ich darf mit einer der ersten sein, der euch diese Season zeigen kann. What the heck? Wir haben alle auf diesen Moment gewartet, jetzt Fortnite zu starten, jetzt zu gucken, was ist im Update drinnen. Und jetzt, ja, sehen wir es. Oh, ich bin richtig, richtig aufgeregt, weil es ist eine komplett neue Map. Es sind komplett neue Skills. Es ist ein komplett neuer Battle Pass. Wir werden uns, by the way, werden wir uns heute auch den Battle Pass kaufen. Ähm, und ja, ich weiß gerade nicht, mein Fortnite startet gerade nicht. Jetzt. Gerade wenn ich sage, perfekt. Und ja, ich bin einfach, ich bin einfach so gehypt. Ihr glaubt gar nicht, wie gehypt ich gerade bin. Ich wünsche mir unnormal, jetzt diesen Battle Pass zu kaufen. Was heißt, ich wünsche mir, ich kann mir gleich diesen Battle Pass kaufen. Und dann geht das mal richtig ab. So, Fortnite. Schwarzbildschirm, Fortnite. So. Gut ranklicken. Oh mein Gott, hä? Achso, ne, klappt man nicht. Sorry, Leute. By the way. Sorry. Ähm, ja, das ist ganz kurz der Schwarzbildschirm. Auf jeden Fall startet jetzt gerade Fortnite. Das ist diesen vier. Ich freue mich so sehr. Ich will die neue Runde. Ich will euch alles zeigen, Leute. By the way, das wird ein Zweiteil. Einmal kommt jetzt der Teil mit dem Battle Pass. Und einmal kommt jetzt gleich der Teil mit der ersten Runde, die ich in dieser Saison spielen werde. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ich die erste Runde in dieser Saison gewinne. Oh mein Gott. Egal, wie die erste Runde ausgeht. Egal, wie es ist. Ich werde meine erste Runde in der Saison 4 hochladen. Egal, wie es passiert. So. Was ist jetzt hier? Hier dauert es ein bisschen. Tut mir leid, Leute. An diejenigen, die... Ach, hier ist es. Oh mein Gott. Was? Was? Alter, Alter, Alter. Oh, ich bin so aufgeregt. Okay. Gerade die Welt ist immer noch nicht kostenlos. Aber jetzt Battle Royale. Oh Gott, das geht los. Oh mein Gott. Ab in den Battle Pass. So. Oh mein Gott. Das ist ja schlimmer als beim... Aha. Wenn man sich auf irgendeine Sache freut. Das ist ja so heftig. Oh Gott. Was ist das? Oh, wie geil! Epic Games Presents. Was presentiert ihr uns? What? Nice. Woah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Sogar noch ein Kurzfilm. Was? What? Alter, was? 4 Blätter? Auch 100... Oh! Oh, bruh. Was? Blockbuster? Ich würde sagen, Leute, wir werden jetzt erst mal den Battle Pass kaufen. Battle Pass kaufen! Oh mein Gott. Oh nice. Cool. Wir haben schon direkt 100 V-Bucks bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Wir spielen direkt mit dem. What? Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bruh. Da gibt es einen neuen Skin. Was? 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 Oh mein Gott, Leute. Ich bin so gehypt. Ja. Das ist der Battle Pass. Hier mit der Orkanhacke. Dann, ich gehe jetzt mal nur durch die, die mich wirklich so richtig interessieren. Der Fallschirm. Oh! Geil! Oh, die Flückspuren. Technik. All top! Oh! Oh mein Gott. Was? Geil. Oh mein Gott. Nice. Cool. Wehler. Wehler. Die finde ich jetzt nicht so geil. Green. Korkan. Der sieht cool aus. Rabe. Nice. Oh. Omega. Oh mein Gott. Was ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es wird so gesuchtet, Leute. Es wird so gesuchtet. Es wird jetzt so gesuchtet. Okay. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, ein Abo und ein Abo und ein Abo. Und bis dann auch noch an. Tschüss. Vielen Dank.